Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Samstag geht es ja für unsere Mannschaft schon weiter gegen den 1. FC Nürnberg und bis dahin gibt es natürlich noch zahlreiche Fragen rund um das aktuelle Personal. Wer fehlt, wer könnte vielleicht auch zurückkehren. Ansonsten sprechen wir heute mal ausführlich über Assa Nuedraogo und seine Berufung für die U17 WM, wie dort Schalke nun plant. Und wir blicken ganz genau auf die rechte Schienenspielerposition. Braucht es ja möglicherweise einen Neuzugang, wie steht es dort um Henning Matriciani? Und wir reden auch nochmal über Sebastian Polter, denn der ist wohl nicht ganz zufrieden. All das und mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Legen wir erstmal los mit dem Blick auf den Trainingsplatz und das war auch gestern durchaus interessant. Denn unser neuer Chef-Scout Christoph Kresse ist ja seit gestern auch offiziell bei uns im Amt und hat sich auch direkt mal zusammen mit Sportdirektor André Hechelmann das gestrige Training angeschaut. Dort gab es allerdings nicht ganz so viel zu sehen, denn einige Spieler haben auch gefehlt. Simon Terodde, Tobias Mohr und auch Denilazza, die ja allesamt gegen St. Pauli im Pokal ausgewechselt werden mussten, waren nur in der Halle. Heute wird nochmal geschaut, inwiefern es da vielleicht für Samstag reichen könnte oder wer zumindest ausfallen wird. Was mich dort aber generell positiv stimmt, hätte Simon Terodde jetzt eine sehr, sehr schwere Knöchelbänderverletzung oder was auch immer, dann hätte man das sicherlich auch schon gestern herausgefunden. Und deswegen wage ich dort zumindest mal die Prognose, dass ich jetzt nicht davon ausgehe, dass uns Terodde jetzt wieder drei, vier, fünf Wochen fehlen wird, sondern vielleicht dann höchstens gegen Nürnberg. Vielleicht auch gar nicht. Bin ja immer mal gespannt, was es dort heute noch für Entwicklungen gibt. Tobias Mohr und Latza, da muss man dann sicherlich nochmal abwarten, waren ja wohl bei beiden muskuläre Probleme. Dem Asanoidraogo, der hat ja gegen St. Pauli generell gefehlt, der hat gestern individuell trainiert. Gute Nachrichten gab es wiederum von Dominik Drexler, denn der war wieder ganz normal auf dem Platz. Ansonsten ist natürlich auch generell die Vorbereitung da auf unser Auswärtsschwimmen im 1. FC Nürnberg. Es wird ja fanmäßig ein sehr besonderes Duell. Es ist eine große Choreo geplant für alle Schalke- und Nürnbergfans, die dort vor Ort sind. Gibt es am ganzen Wochenende ein großes Rahmenprogramm. Aber rein sportlich betrachtet wird es natürlich auch für uns wichtig sein, gegen unsere Freunde aus Nürnberg zu gewinnen. Und da war es ja gestern ganz interessant, dass ebenso wie wir am Dienstag auch Nürnberg in die Verlängerung musste vom Pokal in der zweiten Runde. Sie haben ja gestern, jetzt sagen wir es wieder, gegen Hansa Rostock gespielt. Am Ende sind sie ja auch durchaus verdient weitergekommen, aber eben erst nach Verlängerung. Klar, die hatten wir auch. Nürnberg hat aber nochmal ein paar Stunden später gespielt, plus auch generell einen Tag später. Also könnte das zumindest mal ein kleiner Vorteil für uns sein. Nicht mehr, nicht weniger, aber ist sicherlich ein durchaus interessanter Fakt. Nürnberg hat aber auch den größten Kader der zweiten Bundesliga. Haben auch gestern ein bisschen rotiert. Also ich denke mal, das können sie auch ganz gut auffangen. Aber trotzdem natürlich mal ganz interessant drauf zu schauen. Denn auf der anderen Seite ist auch logisch, den Sieg, den haben sie sicherlich auch gerne mitgenommen. Und der gibt natürlich auch umso mehr Selbstvertrauen. Lino Tempelmann, der kennt natürlich den 1. FC Nürnberg ganz gut. Hat ja dort die vergangenen zwei Jahre als Leihspieler verbracht und sich nun mal über das bevorstehende Spiel gegenüber von Sky geäußert. Ich glaube, wenn wir einfach so spielen wie am Wochenende, mit einer guten Aggressivität, mit einem guten Plan auch mit und gegen den Ball, dann haben wir gute Chancen in Nürnberg. Das wird sicherlich alles andere als einfach, aber richtig so auf jeden Fall hier auch so voranzugehen und zu sagen, wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Wir haben den Glauben daran, dass es funktionieren kann. Denn wir brauchen natürlich auch unbedingt diese drei Punkte. Und auch bei diesem Spiel ist natürlich dann wieder eine interessante Frage. Wie stellt Karel Gerrads auf der rechten Abwehrseite auf? Denn da gibt es ja aktuell so ein bisschen die Problematik, dass wir zum einen keinen offensiv ausgerichteten rechten Verteidiger grundsätzlich haben. In einer Viererkette wären ja das Cedric Brunner und Henning Matriciani, die ja schon gezeigt haben, dass sie das durchaus gut können. Zumindest mal was ihre Defensivstärke angeht. Für mich sind aber auch das eben genau zwei Spieler, die in einer Dreierkette als rechter Innenverteidiger deutlich besser aufgehoben sind. Aktuell in Karel Gerrads 3-5-2-System spielt ja Henning Matriciani, den rechten Schienenspieler. Ja, und hat ja auch dort durchaus für Kritik gesorgt. Auch gegen St. Pauli mit Elias Saad als Gegenspieler, ähnlich wie gegen Hannover mit Derrick Köhn als Gegenspieler, hatte er in den direkten Duellen unglaublich große Probleme. Und das ist natürlich dann auch wiederum meiner Meinung nach aber nicht die Problematik eines Henning Matricianis. Denn für mich schwingt dort immer noch sehr mit, er kann ja nichts dafür, auf dieser Position eingesetzt zu werden. Was man ihm auch weiterhin nicht absprechen kann, ist, dass er an sich glaubt, dass er alles reinschmeißt, was er hat. Und wenn es halt dann am Ende aufgrund der individuellen Qualität nicht reicht, dann liegt es meiner Meinung nach auch vor allem daran, dass er eben als rechter Schienenspieler nicht optimal aufgehoben ist. André Hechelmann hat nun mal mit der Watz darüber gesprochen, auch über dieses Formtief, was er generell bei Matriciani während der gesamten Saison schon da ist und ob das Hechelmann Sorgen macht. Das macht mir keine Sorgen. Es geht darum, dass wir als Mannschaft kompakt arbeiten. Da geht es nicht um Einzelne. Die Gruppe agiert geschlossen. Es geht nur mit allen zusammen. Diejenigen, die jetzt spielen, geben alles, lassen ihr Herz auf dem Platz. Das wollen wir sehen. Das sind die Basics, die wir eingefordert haben. Und das finde ich auch ein durchaus interessanter Weg. Denn zum Beispiel Timo Baumgartel, der ja eigentlich unser Abwehrchef werden sollte, individuell als bester Innenverteidiger galt, hat ja bislang unter Karrel Gerraths gegen Hannover und St. Pauli komplett auf der Bank gesessen. Und solche Spieler, wie eben beispielsweise Henning Matriciani, haben den Vorzug gehalten, weil sie eben alles reinhauen. Und da ist aber natürlich auch dann so ein bisschen die Problematik. Sicherlich braucht es dann auch nochmal ein Ticken mehr auf dieser rechten Schienenposition. Und da haben wir eben kaum Alternativen. Cedric Bonner, den man dort eben anscheinend durchaus sieht, hat weiterhin Leistungbeschwerden. Es hieße wohl gestern, er sei auf dem Weg der Besserung. Aber es gibt keine konkreten Angaben dazu, wann er denn wieder fit sein könnte. Und dazu kommt, dass Cedric Bonner, ähnlich wie Matriciani, offensiv sehr limitiert ist und eigentlich eben auch in die Dreierkette auf die rechte Seite gehört und nicht auf die Schienenspielerposition. Klar, wenn du dort eh mit einem defensiv stärkeren Planst wie Matriciani, dann wird Bonner dort sicherlich ein gewisses Upgrade sein, wenn er wieder fit ist. Aber auch das ist natürlich nicht optimal. Yusuf Kabadahi und Sojiro Kuzuki könnten das sicherlich auch. Die sind wiederum aber natürlich klare Flügelspieler und somit ein Ticken zu offensiv stark. Derry John Merkin und Tobias Moore, die das ja sehr, sehr gut auf links spielen könnten, werden zum einen dort gebraucht oder wie Merkin ein Ticken defensiver und sind jetzt vielleicht auch nicht ganz so optimal geeignet für die rechte Seite. Deswegen sagen ja auch viele Fans, ja wie wäre es denn mal damit, in unsere Jugendabteilung zu schauen, in die zweite Mannschaft zu schauen. Dort gibt es ja mit Steven van der Slot bei der U23 einen Rechtsverteidiger, der in der Regionalliga wirklich gute Leistungen zeigt und auch durchaus offensiv ausgerichtet ist. Denn in der Regionalliga kommt van der Slot bereits auf vier Vorlagen. Laut der Watz deutet es sich allerdings nicht an, dass er hochgezogen wird. Finde ich dann aber wiederum auch ein bisschen schade. Denn zum einen haben wir Personalprobleme. Wir haben auf dieser Position grundsätzlich eben die Thematik, dass es dort keinen optimalen Spieler gibt. Und dann wäre es ja zumindest mal eine Idee, van der Slot ins Training mitzunehmen, um sich vielleicht auch dort Karre Gerrath zu präsentieren. Wenn man dann sagt, okay, nee, das reicht irgendwie nicht, das passt nicht, könnte ich es verstehen. Aber nichtmals diesen Gedankengang vielleicht mal zu probieren, einen jungen Spieler hochzuziehen, der zumindest rein von seinen Attributen, von seinen Fähigkeiten auf diese Positionen passen könnte, finde ich, ist dann immer ein bisschen schade. Denn auch ein Mehmet Can Aydin, der in unserer ersten Zweitligasaison vor zwei Jahren auf dieser Position unter Kramotzi sicherlich mit aus seinen besten Spielen gemacht hat, wurde ja verliehen. Und er könnte uns sicherlich auch durchaus helfen, und da haben natürlich auch einige Fans gesagt, wie sieht es denn dort aus? Könnte man ihn im Winter zurückholen? Und laut der BATS gibt es auf jeden Fall keine Rückholoption im Wintertransferfenster. Und somit ist auch das durchaus schwierig. Damit ist natürlich auch dann die Thematik da Neuzugang. Und ich gehe stark davon aus, dass wir uns hier im Winter auch nochmal verstärken werden und auch verstärken müssen. Also es wird anscheinend keine interne Lösung so richtig geben. Kabadayi, Kusuki könnte man umformen. Van der Slot könnte man hochziehen. Aber all nachdem sieht es eben aktuell nicht aus. Man setzt dort wohl auf Matriciani und dann möglicherweise bald auf Brunner. Und dann ist meiner Meinung nach hier aber wirklich wichtig, im Winter nochmal nachzulegen. Also es könnte auf jeden Fall gut sein, dass hier der erste Winter Neuzugang gesucht wird. Suchen tut natürlich Sebastian Polter aktuell auch noch in einer gewissen Art und Weise seinen Stammplatz. Und auch deswegen ist er mit seiner derzeitigen Situation unzufrieden. Und das hat er auch nochmal gegenüber der BATS erklärt. Sonst wäre ich kein Profi, wenn ich mit der Situation zufrieden wäre. Ich bin immer jemand, der am Wochenende spielen möchte. Es ist aber nur eine Momentaufnahme. Denn Sebastian Polter, und das darf man ja auch nicht vergessen, hatte zum einen auch ein paar kleinere Verletzungsprobleme. Oder ist eben auch dann mal wie zuletzt wegen Hannover war es krankheitsbedingt ausgefallen. Und das ist natürlich dann so ein bisschen auch die Problematik bei ihm. Wenn er vielleicht dann mal die Chance hätte, sich festzuspielen, dann ist dann wieder irgendeine Kleinigkeit da, irgendein Wehwehchen da, wodurch er dann wieder raus ist. Und auf der anderen Seite, meiner Meinung nach zumindest, hat mich ja zumindest mal Polter in seinen Joker-Einsatz unter Karre Gerrerts bislang noch nicht ganz so richtig überzeugen können. Ganz interessant ist ja auch, dass Karre Gerrerts bislang 19 verschiedene Spieler in der Startelf berufen hatte. Und Polter war ja keiner davon. Und darauf hat er auch nochmal gegenüber der Watz reagiert. Vielleicht werden es am Samstag 20 sein, hat Polter zumindest mal die Hoffnung, gegen den RSF zu Nürnberg in der Startelf zu stehen. Ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass er unzufrieden ist. Wie er auch selber sagt, es wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Aber auch hier schwingt eben ganz klar mit, Sebastian Polter muss dann eben auch deutlich mehr Leistung bringen. Klar, er ist glaube ich sogar unser Top-Torschütze. Das sagt aber halt bei den einzelnen Geschossen und Toren auch nicht ganz so viel aus. Bei ihm hing natürlich auch noch die grundsätzliche Kaderplanung ein bisschen mit. Denn Simon Terodde hatte ja seinen Abschied im Frühjahr angekündigt. Und deswegen ging auch laut der Watz noch einmal Polter davon aus, ganz klar als Stürmer Nummer 1 in die Saison zu gehen. Und das war wohl auch die klare Planung, die man ihm gegenüber mitgeteilt hat. Polter setzte sich auch deswegen hohe Ziele. Aber es kam ja eben anders. Terodde verlängerte, wurde zudem auch noch zum Kapitän ernannt. Und das waren auch zwei Rückschläge für Polter. Klar, auch deswegen sollte er auf jeden Fall nicht aufstecken und weitermachen. Denn auch ihn werden wir natürlich in der aktuellen Saison brauchen. Aber ich sehe es auch weiterhin durchaus kritisch. Von Sebastian Polter muss auch einfach viel, 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 viel mehr kommen. Er ist ein Führungsspieler oder er will es auf jeden Fall sein. Er kennt die zweite Bundesliga in- und auswendig. Auch er muss vorangehen, auch er muss natürlich dann Leistung bringen, wenn er spielt. Vielleicht wird es ja gegen Nürnberg dann auch funktionieren. Und dann müssen wir natürlich auch hier nochmal über die ganze Thematik rund um Assan Oedraogo sprechen. Denn da gab es ja dann auch gestern die offizielle Bestätigung. Der DFB hat den Kader bekannt gegeben für die U17-WM. Und Assan Oedraogo wurde wenig überraschend natürlich auch dann nominiert. Und das vom Nationaltrainer Christian Wück. Das Turnier findet vom 10. November bis zum 2. Dezember statt. Übrigens in Indonesien. Und dann ist natürlich auch die ganze Thematik durchaus interessant. Ja, wie sieht es denn eben dann mit Oedraogo aus? Denn am Samstag spielen wir ja in Nürnberg. Und genau an dem Tag macht sich auch die DFB-Mannschaft auf den Weg nach Südostasien. Aber Schalke orientiert sich hier generell an die offizielle FIFA-Abstellungsperiode. Und die beginnt erst am 13. November. Heißt, Oedraogo absolviert gegen Nürnberg auf jeden Fall noch das Zweitligaspiel für uns. Und es könnte sogar sein, dass er dann nächste Woche gegen Elversberg am 10. November auch noch spielt. Weil er eben rein offiziell gesehen erst am 13. November beim DFB sein muss. Das ist eben offiziell von der FIFA vorgegeben. André Hechelmann hat hier auch nochmal die ganze Sachlage erklärt. Wir sind sehr stolz darauf, dass ein Spieler, der seit Kindertagen Königsblau trägt, Deutschland bei einer Weltmeisterschaft repräsentieren wird. Deshalb respektieren und unterstützen wir Asterns Wunsch, bei dieser Junioren-WM teilzunehmen. Gleichzeitig ist es unsere Pflicht, die Interessen des Vereins an erster Stelle zu setzen und zu stützen. Aus diesem Grund wird die finale Entscheidung, wann der Spieler nachreisen kann, in den Tagen nach dem Ausflug in Nürnberg getroffen. Sprich, es könnte ihm auch ganz gut sein, dass wie angerissen Oedraogo auch das Heimspiel gegen Elversberg noch für uns bestreiten wird. Danach ist ja grundsätzlich auch Länderspielpause und für ihn geht es eben dann nach Indonesien. Ich denke mal, das hängt auch sehr stark davon ab, wie sich unsere Verletzungssorgen entwickeln. Denn auch da liegt ja so ein bisschen das Problem. Der DFB wiederum spielt am 12. November gegen Mexiko, am 15. November gegen Neuseeland und am 18. November gegen Venezuela. Und die Abstellungsperiode, die endet dann nach der Gruppenphase, also nach diesen drei Spielen. Und somit wird danach erneut darüber diskutiert, ob Oedraogo auch möglicherweise vorzeitig das DFB-Camp wieder verlassen wird. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des DFB waren sehr gut und von gegenseitigem Verständnis geprägt. Wir wünschen, der Mannschaft von Trainer Christian wirkt den maximalen Erfolg beim Turnier in Indonesien. Und natürlich ist das logischerweise auch so, aber Schalke wird natürlich auch hier in einer gewissen Art und Weise an sich selber denken. Wie gesagt, diese drei Gruppenspiele, die finden ja sogar exakt in der Länderspielpause statt, wo wir gar kein Zweitligaspiel haben. Also in der Theorie könnte es eben auch sein, dass Oedraogo gar kein Zweitligaspiel bei uns verpasst. Denn, wie gesagt, letztes Gruppenspiel ist am 18. November und dann das nächste Zweitligaspiel für uns ist ja am 25. November gegen Fortuna Düsseldorf. Und deswegen schaut Schalke auch ganz genau darauf, wie sich der Kader entwickelt, welche Spieler verletzt sind, welche Spieler zurückkehren. Und wichtig ist nämlich für den Verein, dass es natürlich auch darum geht, dass man jedes Wochenende die beste Mannschaft auf dem Platz hat. Man will aber auch den Spieler respektieren, den Wunsch des Spielers respektieren, was für mich auch unausweichlich ist. Es wäre vollkommen fatal gewesen, einem 17-Jährigen zu verbieten, sondern solch im WM zu fahren. Das geht einfach nicht, das gehört sich nicht, das finde ich auch vollkommen richtig so. Aber natürlich muss auch Schalke dadurch an sich selber denken, weil eben die Kaderplanung nicht gut genug ist. Und da muss sich auch André Hechelmann an die eigene Nase fassen. Denn Oedraogo ist ein Spieler, der uns in der aktuellen Zweitligasaison helfen wird und helfen muss. Und dass ein 17-Jähriger schon so eine Wichtigkeit hat, ist eben die Problematik von Schalkes Kaderplanung. Denn natürlich könnte man jetzt sagen, Oedraogo bleibt bei uns und er fliegt zu diesen drei Gruppenspielen, kommt dann aber direkt wieder zurück. Was mental sicherlich aber auch eine krasse Herausforderung für den Jungen ist, bedingt durch Zeitverschiebungen, durch die vielen Flügel, durch extrem viele Spiele innerhalb von kürzerer Zeit. Und weil er eben auch diesen Traum hat, die WM zu spielen, finde ich es dann noch ein bisschen schwierig, sollte zumindest der DFB über die Gruppenphase weiterkommen, dann zu sagen, nee, der kommt nach der Gruppenphase zurück und die DFB-Mannschaft spielt dann das Turnier weiter. Ist sicherlich für den Spieler selber auch nicht so ganz angenehm. Und ja, es wird sicherlich auch dann darauf ankommen, inwieweit der DFB überhaupt weiterkommt. Also wenn Deutschland zum Beispiel in der Gruppenphase rausfliegt, dann haben wir nahezu gar keine Probleme. Achtelfinalspiel würde sogar auch noch in den Rahmen passen, dass er vielleicht sogar gegen Düsseldorf wieder bei der zweiten Bundesliga bei uns dabei ist. Mehr aber nicht. Also es sieht wohl wirklich danach aus, sollte der DFB ins Viertelfinale einziehen, wird Oedraogo dann abreisen müssen. Ja, ob das dann für den Spieler gut ist, ob das dann eine schöne Sache ist, ist natürlich dann schwierig. Laut der Watz beschäftigt sich auch Schalke mit möglichen Folgen, was auch die generelle Belastung von ihm angeht. Wir haben uns einen 360-Grad-Blick erlaubt. Er wird von unseren Ärzten und vom DFB betreut. Und wenn er noch vor dem Düsseldorf-Spiel zurückkommt, heißt das nicht, dass er dort spielt. Denn das natürlich auch jetzt schon festzulegen, wäre natürlich auch fatal. Aber laut Sky ist auf jeden Fall der klare Plan. Er soll nach der Gruppenphase oder dem Achtelfinale auf jeden Fall zurückreisen. Und natürlich kann man jetzt noch einmal sagen, ist ja auch logisch, dass Schalke von diesem Recht gebraucht macht. Ja, finde ich auch durchaus logisch. Normalerweise sollte aber auch ein Kader hergeben, 17-jährige Spieler auch mal für drei, vier Wochen vielleicht rauszulassen und diese Turniermöglichkeit zu geben. Wenn man aber natürlich dann selber nicht gut genug geplant hat und damit komplett die Mittelfeldalternativen fehlen, wundert einen natürlich gar nichts mehr. Im krassesten Falle könnte Uedraogos Spielplan laut der Watz auf jeden Fall dann folgendermaßen aussehen. Am 10. November Schalke gegen Elversberg, dann ein 16-Stunden-Flug, drei WM-Spiele am 15.11., 18.11. und 21.11. Dann könnte vielleicht noch ein Achtelfinale anstehen, 16-Stunden-Rückflug und dann am 25.11. Düsseldorf gegen Schalke. Also Andreas Ernst von der Watz hat dann mal Folgendes geschrieben. Plus Zeitverschiebung und Klimaveränderung, fünf Spiele in 15 Tagen. Und das ist eben ein Spieler, der 17 ist und das kann eigentlich auch nicht gut gehen. Also man muss da wirklich auch ein bisschen aufpassen, sowohl der DFB als auch Schalke selber. Und ja, da wird es auf jeden Fall spannend, wie sich die ganze Sache in den nächsten Tagen noch so entwickeln wird. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall für Assan Uedraogos an so einem Turnier teilnehmen zu können, an so einer 17-WM. Erst recht, wenn er darauf Bock hat, wenn er das gerne machen will. Dann sollte man ihn auch ziehen lassen und ihm eben auch natürlich den Raum geben, sich dort zeigen zu können. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den aktuellen S04 News in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann geht's gut.